da bin ich wieder wieder mit mw2 natürlich wieder online der alex ist immer noch dabei ja mit mir was spielen wir diesmal team deathmatch herrschaft diesmal herrschaft ein bisschen abwechslung ein märz die damit ein märz her so ich jetzt was er hätte mir eine ewigkeit ergangen was eigentlich wieder nicht hochladen wollte m kennen wir alle wer das aufnehmen das macht barra das hochladen da muss ich immer warten da war noch kein das ist nicht zwischendurch irgendwas machen dann dauert es nur länger aber über nacht kannst du holen wer darf ich das doch nicht anlaufen höchens am wochenende würde funktionieren sollen wir wechseln ach so ist schon man kann ja nicht mal was sind das hier nur für leute frag mich nicht gestern war auch ein kiddie hat gesprochen also ein kind über lautsprecher ja ja schon klar man hört die typen über dich wegen ich hab sie stumm geschaltet hast du alles stumm geschaltet ich nicht keine ahnung mann während des spiels können die jetzt nicht reden oder doch oh mann ich hoffe sie tun es nicht ich bin auch wenn sie das einsatz wird auf dem rücken tragen block des kugeln auf ja ach nee PS dieses spieles äh auch von Infinity Ward und wir spielen herzhaft auf Karate ähm bist du noch immer im ladebildschirm ja grad noch schade warte jetzt warten auf andere spieler fertig ja so beginnt das spiel nicht eigentlich erst dann wenn alle fertig sind alter scheiße oh scheiße nein ha dich hat er getötet und dann mich super komm schon geh her ich weiß dass du es willst komm her komm her hey du hast die selbe KD wie ich im Moment hey du willst mich grad verarsen ne oh wow wir verlieren Alpha fick dich oh mein Gott das wird eine Schande das hochgeladen ja und was für eine wir überlaufen uns diese Position und Einnehmer ja scheiße okay jetzt konzentriert vorgehen scheiße ach scheiße konzentriert was hast du gestorben nein ok jetzt geh ich mal vor ja dann geh vor fuck ich oh Mann ist mich wieder tot das kann doch nicht wahr sein du hast 5 3 du glücklicher wirklich wirklich hm ja du musst dann mal meine Föder an vielleicht ja Alpha wird gesichert nein 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 also wenn man jetzt meine KD anguckt wird man kotzen im Moment sehr gut ähm ja guck ihn auch nicht an guck ihn auch nicht an ha 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 06 guck ihn auch nicht an hab ich gesagt du später bist du da nein selbst jetzt hab ich 07 das gibt's doch wohl nicht halt und du nimmst nicht mal auf ja stimmt ich seh dich auch ein bisserl rumlecken aber nur ein bisserl ah nein von ne jetzt komm bitte einen kill wenigstens einen kill ich hab 14 so viele Tore wie ich hab denn nicht mehr normal wir verlieren Alpha also irgendwie schaffe ich jetzt so fängt diese Positionen einnehmen ho 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 man w h man wie wär's wenn wir diese Folge nicht hoch laden so laden wir hoch scheiße Scheiße! Das finde ich nicht akzeptabel. Das erst recht nicht! Alpha wird gesichert. Achtung! 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 50 Fahrräte! Oh mann! 50 AC 130 über uns! 10 wird gesichert. Achtung! Sie machen uns fertig! Ah ja! 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 ich lass das jetzt mal unkommentiert ja guck es nicht an drückt nicht das ist doch nicht gut oder ja hast du tap gedrückt oder was okay jetzt bleiben wir mal dicht bei bei c nein ist es nicht niederlage auf voller linie verloren ja 016 wie schafft man sowas ja irgendwie versteht das jetzt gerade selbst nicht irgendwie versteht das nicht auf eine weise warte mal das wäre dann eine kd von 0,01 ja ja auf jeden Fall war wir in der Runde bis zum nächsten Mal wir sehen uns eventuell gleich oder erst morgen bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020